Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch meine Top 5 Fantasy-Romane oder Reihen im Jahr 2020 vor. Wir machen das Ganze in absteigender Reihenfolge. Also Platz 5 hat Moonlight Touch von Jennifer Ellis Jager belegt. Teil 1 der Chroniken der Dämmerung. Ich muss sagen, ich habe schon viel von der Autorin gelesen. Ich fand ihren Schreibstil immer gut und es hat mir auch immer gut gefallen, die Storys und so, ihre Ideen. Aber dieses Buch hat für mich nochmal alles rausgerissen. Die Story ist einfach mega cool, die Protagonistin ist mega cool, der Schreibstil ist toll. Ich kann darüber einfach nichts Schlechtes sagen. Ich fand die Story wahnsinnig, wahnsinnig cool. Die Protagonistin heißt Shira und sie ist eine Dunkelalbe oder, ja, Dunkelalbe, genau. Und sie soll in den Palast des Menschenkönigs einbrechen, mit dem sie aber eigentlich einen Friedensvertrag haben und einen besonderen Stein klauen. Und dabei stolpert sie aus Versehen über den Prinzen. Eine ausführliche Rezension habe ich extra ein Video zu gemacht, das könnt ihr euch gerne einfach anschauen. Aber ich muss echt sagen, dieses Buch hat mich überrascht und sehr glücklich gemacht. Teil 2 kommt übrigens jetzt auch im Januar dann raus und damit wäre die Reihe auch abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Teil. Ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim. Dieses Buch habe ich eigentlich gekauft, weil ich viele Bilder dazu auf Instagram gesehen habe und ich habe auch eine gute Rezension von meiner Lektorin bekommen dazu, die mir empfohlen hat, das zu lesen. Und ich muss sagen, es ist wirklich wahnsinnig schön. Erstmal sehr detailgetreu. Man merkt, die Autorin ist richtig drin in diesem Schneidern irgendwie. Und gleichzeitig kriegt man total das Mulan-Feeling. Und ich finde es einfach richtig, richtig geil. Die Protagonistin ist eine richtige Kämpferin, die genau weiß, was sie will und trifft dabei auch noch auf den, ich sag mal, zweiten Protagonisten, der auch vom Charakter her einfach sehr ausgeklügelt ist. Sehr cool gemacht. Ich liebe die Story wirklich sehr. Und das Ende war so fesselnd und packend, dass ich mich sehr auf Teil 2 freue und ich hoffe wirklich, dass es demnächst mal rauskommen könnte. Auf jeden Fall hat das Buch von mir definitiv 5 von 5 Sterne bekommen und ich würde es jederzeit weiterempfehlen. Gerade für Leute, die vielleicht Märchenadaptionen gerne lesen oder generell Mulan einfach schön finden. Soweit ich weiß, hat die Autorin auch noch eine andere, also eine richtige in Anführungszeichen Mulan-Adaption rausgebracht, aber die habe ich noch nicht gelesen. Platz 5, 4, 3. Platz 3 belegt der Kuss der Lüge von Mary Pearson und der Rest der Reihe natürlich auch. Also das Herz des Verräters, die Gabe der Auserwählten und der Glanz der Dunkelheit und dann auch noch die Spin-Off-Reihe, der Klang der Täuschung und der Ruf der Rache. Teil 1 hat mich sehr begeistert wegen des irgendwie Suchspiels, was da drin versteckt ist, denn in den ersten Kapiteln trifft man auf zwei Charaktere und deren Namen werden nie genannt. Und dann kommt es eben dazu, dass diese zwei Charaktere auf die Protagonistin treffen und wir wissen jetzt nicht, wer ist wer. Und ich fand das wirklich sehr, sehr cool gemacht. Das hat auch sehr lange gedauert, bis es dann rausgekommen ist und dadurch wurde der doch etwas langatmige Vorspann, sage ich mal, auch interessant gestaltet. Es ist nämlich so, dass man sich am Anfang, also so drei Viertel des Buches, fragt man sich echt, worum geht es hier eigentlich gerade, weil die Protagonistin flieht vor einer Hochzeit in ein hübsches Dorf und lebt dann da. Und man fragt sich halt so, ja okay, ist das jetzt die Story oder kommt da noch was? Und ja, es kommt noch was und was da kommt, ist einfach atemberaubend gut. Also ich kann jedem, der vielleicht ein bisschen struggelt mit dem Anfang, nur raten, kämpft euch durch. Mir persönlich hat der Anfang aber auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es einfach sehr harmonisch und sehr schön. Also dicke Empfehlung von mir für diese komplette Reihe. Kommen wir zu Teil oder zu Platz 4, äh, Platz 2. Platz 2 belegt heute Sarah J. Maas mit ihrem neuen Epos Crescent City, Teil 1. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele es werden sollen. Ich glaube 3. Auf jeden Fall kam das dieses Jahr raus, 2020, und ich war sehr hyped. Ich habe mich total gefreut darauf. Ich habe es auch wirklich, ich glaube, innerhalb von einem oder zwei Tagen, glaube ich, durchgesuchtet. Es war so geil einfach mal wieder. Ich liebe die Autorin natürlich auch einfach. Ich liebe ihren Schreibstil und diese ganzen Konzepte mit den Fae und Elfen und hier sind halt ganz viele andere übernatürliche Wesen, noch so Wehrwölfe und Meerjungfrauen und keine Ahnung was. Und das ist mal was Neues. Das hat mir in den anderen Büchern nicht so. Aber es hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen und die Story selber auch. Die Protagonistin ist toll. Ich mag auch dieses Seelenband-Zeug, also dass man so einen Seelengefährten hat und sowas. Das ist jetzt hier noch nicht so angesprochen worden, aber ich tippe darauf, dass es das trotzdem gibt. Gab es in den anderen Büchern auch schon. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich echt umgehauen. Es ist ein riesen fetter Wälzer einfach. Und man denkt mittendrin so, okay, das ist jetzt aber das Ende. Und dann kommt da einfach noch was. Das ist so krass einfach. Ich liebe das Buch einfach über alles. Ich freue mich auch schon wahnsinnig auf Teil zwei, aber das wird nicht nächstes Jahr erscheinen. Also kann man sich schon mal darauf vorbereiten. Erst 2022. So ist zumindest der jetzige Stand. Warum hat dieses Buch, wenn ich es so feiere und fünf von fünf Sterne gebe und alles, denn nur Platz zwei belegt? Das kann ich euch sagen, denn Platz eins hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Platz eins belegt dieses Jahr das Flüstern der Magie von Laura Kneidl. Laura Kneidl ist eine deutsche Autorin, die schon sehr viele Bücher herausgebracht hat, hauptsächlich in der Sparte New Adult oder ja, ich hoffe, man spricht es aus, wo es auch viel mit Erotik und so Zeug zu tun hat. Das ist in diesem Buch nicht so. Es gibt auch hier Sex, aber nicht so. Das ist nicht der Mittelpunkt der Story. Ich fand es sehr angenehm, das so nebenbei da drin zu haben und nicht diese Liebesgeschichte ist nicht der Kern der Geschichte, aber sie ist einfach mal was ganz anderes. Ich habe das schon in dem Rezensionsvideo auch gesagt. Wir haben sonst immer dieses Konzept von Junge trifft Mädchen. Die beiden tun so, als würden sie sich nicht mögen. Irgendwann gestehen sie sich dann ein, dass sie sich doch mögen, aber der eine hat Geheimnisse vor dem anderen und dann kommen diese Geheimnisse ans Licht und der andere ist sauer und dann sind sie sauer aufeinander und dann kommen sie am Ende des Buches doch noch zusammen und man denkt sich, das hätte man ja auch schnell erklären können. Hier trifft die Protagonistin ihren Typen und die verlieben sich recht schnell ineinander und gestehen sich das auch und gut ist und dann sind sie zusammen und erleben zusammen Abenteuer und das finde ich halt sehr, sehr cool einfach. Und dieses Drama und so alles ist da gar nicht drin. Und die Story selber, abgesehen von dieser Liebesgeschichte, hat mich auch einfach total gefesselt. Es geht um die 19-jährige Fellen. Die ist eine Antiquarin und arbeitet quasi für so eine magische Geheimloge und jagt magische Objekte und archiviert die dann und tut die in ihr Archiv. Und ja, die Story beginnt halt damit oder kommt damit ins Laufen, dass ihr ein magisches Objekt geklaut wird und das eben Menschenleben gefährdet und sie muss sich jetzt auf die Suche machen. Und ich fand die ganze Suche nach diesen magischen Objekten und auch die Charakterentwicklung und überhaupt die Charaktere selber und die Welt, das spielt nämlich in Dublin. Nein, in Edinburgh, Entschuldigung. Es spielt in Edinburgh und das alles, das Setting, alles. Ich fand es richtig, richtig toll. Es war komplett rund. Es hat mir mega gut gefallen und ich bin auch seitdem ein riesen Fan von der Autorin einfach. Ich werde die New Adult Sachen nicht lesen, kann ich jetzt schon sagen, weil ich einfach auf sowas nicht stehe. Aber die Krone der Dunkelheit ist schon auf meinem Stapel und ich lese es auch im Moment schon. Also ja, ihr dürft gespannt sein im nächsten Jahr. Auf jeden Fall belegt dieses Buch Platz 1. Ich habe es in einem Tag durchgelesen. Ich fand es richtig, richtig toll. Ich kann es nur empfehlen. Also generell wollte ich gerne noch ein Thema ansprechen, was mir aufgefallen ist. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Es sind irgendwie dieses Jahr oder meinem Empfinden nach erst dieses Jahr ganz viele deutsche Autorinnen auf den Markt gekommen, auf den Fantasy-Markt vor allen Dingen. Und ich muss sagen, bisher war ich echt von keiner davon wirklich enttäuscht. Also ich finde das irgendwie, man kann das vielleicht mit Filmen vergleichen. Deutsche Filme gefallen mir einfach nicht. Ich finde die scheiße. Ich finde die Schauspieler auch nicht gut. In den meisten Fällen nicht immer. Fuck you, Goethe fand ich gut, aber das zählt nicht. Das ist so einer von tausend und in Amerika sind immer so tolle Filme und bla bla. Und ich bin aufgewachsen mit amerikanischer Fantasy und ich freue mich einfach wie Bolle, dass wir jetzt so viel von deutschen Autorinnen zu lesen bekommen, von Newcomern, die haben eben auch richtig was zu bieten und es ist so dieses, man nimmt dieses amerikanische Flair einfach aus den Fantasy-Büchern raus. Ich kannte natürlich deutsche Fantasy-Autoren Markus Heitz und sowas, davon möchte ich gar nicht sprechen. Natürlich sind die Bücher episch und toll, aber das ist absolute High-Fantasy und ich finde es einfach richtig toll, dass Autorinnen aus Deutschland jetzt in die Jugend-Fantasy-Sparte einsteigen. Natürlich ist es für mich jetzt Konkurrenz, weil ich ja auch da rein will, aber gleichzeitig finde ich es schön, weil ich glaube, dass jungen Lesern damit auch ein bisschen vermittelt wird, hey, in Deutschland ist es auch möglich, weil ich das immer für so eine Art Wunder gehalten habe, wenn jemand mit Büchern erfolgreich war aus Deutschland. Ich dachte immer, dass so, nein, sowas gibt es nur in Amerika, wo man auch kreatives Schreiben studieren kann an jeder Uni und keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall ganz, ganz toll. Ich freue mich richtig darüber. Damit war es das dann auch für heute. Ich wünsche euch wie immer, achso, beim nächsten Mal gibt es übrigens meine Books to Read Liste 2021. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag. Vielen Dank.